Mama, kann Max nachher vorbeikommen? Max kann immer kommen, das ist doch ein guter Einfluss. Hallo. Hallo Max. Oh. Äh, äh, das sind Kaugummi-Zigaretten, ähm, Kaugummi-Zigaretten. Ich hab hier ein paar Praline für sie. Ach so, ja, du bist ja auch ein ganz Lieber, ne? Hi Samuel. Hi. Nimm mal die Zigaretten. Und den Alkohol. Na, was macht ihr Schönes? Äh. Ey, ich geb Samuel Nachhilfe in Mathe. Oh, das finde ich aber ganz toll. Hier Samuel, nimm dir doch mal ein Beispiel an Max. Der hat einen richtig guten Einfluss auf dich. Ja, mach ich.